Suppport Tabeln Sjt Tisch Sjt 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 ...eine Statue... ...und... ...ein Webweg... ...und... ...en Amor Stand... ...ah, falsches Ding... ...hier wollte ich gehen... ...ähm... ...Kabinett... ...Koffer... ...Koffer... ...mal kurz gucken... ...ja... ...das müssen wir auch noch machen... ...mauchen wir eine Slab... ...und dann brauchen wir... ...Betoltik Ubudz... ...mauchen wir... ...ja... ...ja... ...hier sieht's auch langsam gut aus... ...hier können wir jetzt... ...ein Cabinet... ...und zwar von der Sorte platzieren... ...habe ich noch eine Tür übrig... ...ja, da habe ich noch eine Tür stehen... ...können wir die gleich mal platzieren... ...können wir die gleich mal platzieren... ...die Slab... ...die Slab ist fertig... ...also, wir brauchen... ...hier jetzt... ...ein... ...Slab... ... ... ... ... ... ... ... Ok... ... Ok... ...das war wohl nicht richtig... ...ähhh... ...bauen wir das Ding mal wieder ab... ... ... ... Weil das ist nur ne Chikes Lab, die sollte eigentlich für was engraved werden. Okay, wie sieht es hier drüben aus? Hier muss noch ein ganzes Stück weggeschafft werden. So, dann kann ich hier schon mal, machen wir da zur Pause, das ist mir lieber. So, für unseren Jailer. Dann brauchst du ein Office. Auch für unseren Jailer. Und dann brauchen wir noch ein Dining Room. Auch für unseren Jailer. So. Äh, jetzt suchen wir mal unseren... Jailer. So. 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 Jailer. Und der hat hier Quarter, das wir Freie machen können. So. So. Ja. Der braucht zwar nicht so was Tolles, wie wir ihn hier jetzt gemacht haben, aber das ist gut. Jetzt habe ich einen X-Bow, der einen Tantrum wirft. Ah, aber er fühlt sich erschämt. Okay. Ach ja, das ist Stukos. Stukos haben wir beim letzten Versuch. Ja. Stukos ist nicht gut gelaunt. Nein. Nein. Du gibst mir Bohn & Leather, dann kann er für uns im kraftstorffs workshop erstmal bomboes herstellen von kraft es bin fount okay wir haben unseren bonen leider verloren und damit ein unserer barone ach nee das war unser major jetzt ist er major also der messenger ist unser major geworden das heißt ich weiß den messenger das hier alles zu da sollte er zufrieden sein so kann ich jetzt eine slab hier platzieren ja ah armor communion of jeans ich glaube ich brauche mehr särge hier unten auch mal wieder also rock rock coffin zehn stück und ja ich wollte mal zwischendurch speichern das mache ich jetzt auch mal kurz wieder mit save and return to title gut und ich sollte vielleicht mal die musik lauter stellen musik volume ist relativ froh und ich könnte hier mal den Burial Remover und 9 Undo Paint Accept Okay, der wird dann wieder gleich Tollig zugewiesen Auch gut Unser Created Well Sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus Was wir bis jetzt so hergestellt haben Wie sehen denn unsere Felder so aus Ja, ist halt Winter Ich hätte aber gerne Labor Bone and Ladder Dass du das nicht mehr machst Im Augenblick Sondern dass das unser Crossbow Zwerg macht Wo auch immer der gerade ist Den wir mit Bone and Ladder ausgestattet haben Uh Wo bist du? Wo bist du? Geblind gerade Habe ich so das Gefühl Ah, da ist Stuckus So, da oben ist auch schon wieder was fertig Dann können wir da mal Tische, Stühle und Statuen reinsetzen So So Ich habe auch irgendwie das Gefühl Meine beiden Wir haben keine Lust gerade zu Zu rackern Also jedenfalls nicht so richtig Das ist vor allem krass, dass es die Schlägerei hier in der Kirche, also in unserem Tempel gab So Also was habe ich die gemacht? Das Dining Halls Also gibt es auch eine Äh Multi bitte Dann So Und das ist Eine neue Gildenhalle Jetzt muss ich gerade noch nachgucken Für welche Gilde war das nochmal Das ist die Hall of Wags Und das ist die Hall of Papers Dann ist Das hier Gildenhalle Für Gate of Rivers wahrscheinlich Hall of Wags haben wir schon Hall of Wags haben wir Hall of Paper haben wir auch Bleibt nur die Hall of Wags haben wir auch The Ranger Hall Okay Oh Irgendjemand hat sich ein bisschen beruhigt Wer ist denn das gewesen Also nicht der X-Bow Leader Der ist immer noch caged I was confined I repent Und Okay, lassen wir hier noch ein bisschen Knast schmoren. Wie sieht es mit meinen Coffins? Fehlen noch welche? Okay. Wenn ich schon Label für meine Busbos vergeben soll, damit die etwas zu tun haben und auch für meine Soldier, dann dürfen die Bergarbeiten. Okay. Der General nicht, der ist nämlich Holzhacke. So, da ist er und so hat schon.